Hallöchen und Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Schippern wir mal so ein schönes Dörfchen durch. So, komm ich hier rein, ja. Schön stehen bleiben, genauso wie das Hafen. Bloß hier nirgendswo anecken. Das Holzgeländer, ne Treppengeländer. Auf die 300€ ist mir auch egal. Ich seh es schon wieder kommen, ey. Nicht nachmachen. Ja, ja, ja. Ja, stark bewölkt. Aber kein Regen. Man könnte fast sagen, es fängt bald an zu regnen. Kann man da 90 mal gehen? Ja, das sieht man halt wirklich viel. So. Ja, jetzt müssen wir halt warten, ne? Es ist voll. Was braucht denn noch Treppengeländer? Ah, prima dann. Prima dann Rest halt zur Achterbahn. Ah. Wir hatten Rest. Alles leer. Gut. So, jetzt holen wir nämlich das Metall ab. Erst bin ich gespannt. Ist echt gar nichts, ja. Nein, es gibt einen Terr티, oder? Ah, doch. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Manchmal muss man halt eben selbst Hand anlegen Muss auch sein Muss auch sein Muss auch sein Muss auch sein Hä? Was haben wir gleich? Was? 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 Already net, raw already net. Aha, aha. Na also, sieht er da mal. Der Bart ist bloß falsch gefahren. Hop, zack, 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 zack. Ich will den Strong Farmer auch nicht benutzen. Das hat nicht so seinen Sinn. Das möchte man heute net, okay. Wir fahren einfach noch ne Runde. So schwach bin ich net. Hallo? rooftop geht es auf den patrioten. 20.000 sollte reichen für den ersten schub aber ich muss wirklich sagen ich habe nur am farmmanager habe ich angefangen und wir kriegen ja so viel geld wieder raus das ist wahnsinn das ist wirklich wahnsinn so kommt erst mal der zug schön ist das beleuchtung hier an das war's so gerade holz fließen ja okay so guck mal mach mal LMG guckt euch das an dann kriegst du so viel naja kommt er ist direkt hier ums Eck kann man es direkt noch nach dem Holz schließen toll und ich habe gedacht man könnte heute noch ein bisschen was mit dem bisschen was machen ah da ist noch Spazier Manu es wäre doch eigentlich eine schöne Aufgabe für dich ein bisschen spazieren zu fahren Wäre doch nicht schlecht wow ja so so wie es der liebe Yo gesagt hat ey du kriegst so viel Geld das ist zurück alles klar Lucy ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag lass dir das auf jeden Fall schmecken jawoll das bleibt dabei das bleibt dabei bei mir fängt es nämlich ich werde mich auch bald aufhangen bei mir zu regnen ja freu freu so genau jetzt gehen wir mal kurz gucken ähm zwar unsere alte Holzfäller das alte Sägewerk hat es nämlich auch noch gemeldet wir sollen nämlich auch noch ähm für hier die Holzfliesen liefern das Material ähm so wo ist denn jetzt unsere Metallfabrik ja die ist leer so dann das alte Sägewerk lange Bretter und kurze Bretter perfekt okay hm so Holzfließen äh markiere weiter markiere ich markierter Bereich so das heißt dann fahren wir jetzt einmal äh äh alte Sägewerk willkommen das klappt dann so kann man da schon äh 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 kann sein dass mit den Paletten da funktioniert so genau ja eh so online eh so online eh so online sag ich schon Final Fantasy was für ein schönes schönes Erlebnis ja da musst du auch wirklich am Ball bleiben das ist äh nicht nur mal so ein Spiel wo du sagen kannst ja voll 08 08 15 das geht nicht aber ja naja da hab ich wirklich noch viel zu lernen also da muss ich wirklich äh es erinnert mich ja fast wieder an das Nintendo Switch Spiel von äh Monster Hunter da ist die Angriff Taktik und Verteidigung ähm ja auch schön farblich kennzeichnet ah jawohl es war doch klar dass du wieder voll in mich reinfahren musst ihr seid doch so ein Saga mal ey Gamingzonen moin na du alter Homie drauf du war das sinkrecht ich hoffe es bleibt bei morgen früh bissl um sie fahren wenn dir dieses Video gefallen hat freue ich mich wenn wir uns in der nächsten Folge wieder sehen bis dahin hab noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal euer Bartalo ciao ciao hör auf jetzt ich fahr ordentlich hör auf jetzt ich fahr ordentlich hör auf jetzt hör auf jetzt los hör auf jetzt hör auf so hör auf Vielen Dank.